Schauen wir uns also auf Wunsch das Silber an. So, da gehen wir jetzt mal ganz unverfälscht dran. Jetzt gerade, im Moment sind wir schon direkt hier im 30-Minuten-Chart, den ich aber nochmal eben aktualisiere, um sicherzustellen, dass der Algorithmus den auch richtig erfasst hat. Da wir schon gerade da drin sind und ich die Wartezeit vermeiden möchte, schauen wir uns dann erst hier einmal an. Das Bild ist hier eine 1 nach oben, eine 2 nach unten und wir erwarten weiter oben. Ach ja, hier ist ja die 3 im Kreis, aber damit lange noch nicht genug. Das ist nur die Zwischendrei, dann kommt die 4, die 5, machen die nächste 3 voll, dann kommt eine 4 und eine 5 und dann sind wir schon bei dieser 3, das heißt, der hat ja richtig Drall nach oben, der Markt. Zumindest, was der Algorithmus sagt und zumindest im 30-Minuten-Chart. Ich wechsle jetzt mal auf eine andere Zeiteinheit. Dabei werde ich jetzt mal nicht den 144er nehmen. Mein subjektiver Eindruck ist immer der, dass dann, wenn ich die Zeiteinheit in Verbindung mit einer Fibonacci-Zahl wähle, dass der länger zum Laden braucht, als wenn ich die glatten Zahlen nehme. Ich versuche das aber mal eben jetzt. In zwei Stunden-Chart. Das klingt auch relativ fix. So, also, wir haben aber das gleiche Bild. Hier unten ist die 2. Hier oben, ah, schaut Leute, die 3, die 4 und hier oben, da können wir schon mal, ich nenne es jetzt mal Zielbereich. Bitte verwechselt das nicht, wenn ich sage Zielbereich, mit meiner Meinung, sondern ich gebe hier wieder, was die KI, ich nenne es jetzt mal KI oder Algorithmus oder Algo, kurz gesagt, hier vorschlägt. Hier wird jetzt zunächst mal das bullische Szenario hier oben bei 23,30 abrupt ein Ende finden. Denn das ist eine große 2, würde aber bedeuten, dass anschließend der Rücklauf noch mal weit über das hier hinaus geht. Also, wir müssen aber, um das noch mal zu prüfen, noch mal ein oder zwei weitere Zeitebenen betrachten. Denn das kann jetzt eine Ausnahme sein, dieses Szenario. Von daher wechsle ich jetzt noch mal im ersten Schritt auf den 4-Stunden-Chart. Und siehe da, im 4-Stunden-Chart haben wir das gleiche Szenario vor uns. Okay, dann können wir also jetzt hier mal ein paar Linien einzeichnen. Das mache ich aber dann doch, die obere Linie kann so bleiben, ich gehe jetzt wieder auf den 2-Stunden-Chart zurück. Beziehungsweise möchte ich vorher noch den Stunden-Chart sehen, der könnte nämlich ganz anders ausschauen. Das möchte ich gerne noch sehen. Seht ihr, der Stunden-Chart hat ein absolut bullisches Szenario. Hier ist der Zielbereich, den ich gerade aufgrund der zu erwartenden Welle 2 eingezeichnet habe. Also auch hier auch hier im 144-Minuten-Chart, da haben wir plötzlich ein sehr bullisches Szenario. Halt, ich bin im falschen Film. Ich wollte doch ins Silber. So, da haben wir folgendes Szenario. Da geht es auch erst mal bis hier hoch. Ich würde jetzt mal Folgendes sagen. Wir haben also eine Zeiteinheit im Stunden-Chart, wo der Markt extrem bullisch ist. In den anderen Zeiteinheiten ist er auch bullisch, findet aber hier ein jähes Ende bei der 2. Und das ist ja alles vom Algorithmus berechnet. Und das muss ich ja nun mal so nehmen, wie es ist. Deswegen sage ich, okay, Zielbereich 23-30 und dort erst mal neu orientieren. Interessanterweise, jetzt haben wir hier eine 4 gemacht, dann wieder eine 1-2. Hier würde sich jetzt eine Möglichkeit anbieten und das ist keine Anlageberatung. Einstiegsbereich. Hier ein Stopp oder auch ein wenig tiefer. Da ich das nicht vorgebe, überlasse ich das jedem selbst. Ich gehe immer ein bisschen großzügiger vor, weil hier schon mal gerne auch gefischt wird von den Brokern. Zielbereich dort oben. Das ist also eine ziemlich klare Kiste hier. Und dann würde ich eventuell, wenn der Kurs sich dem Szenario hier nähert, meinen Stopp immer schön etwas nachziehen und den Markt dann noch ein bisschen Leine geben, wenn er doch weitergeht. Ob man das als Trailing Stopp macht, wobei die finde ich manchmal sehr sperrig sind, diese Trailing Stops, aber die werden gerne genommen. oder ob man den Stück für Stück mit der Hand nachzieht, sei mal dahingestellt. Da muss man sich immer irgendwie einen ganzen Punkt Platz lassen dann. Das heißt, wenn wir bei 23, 33 sind, dann würde ich den hier im Bereich von 22, 30 oder 40 setzen und dann immer mitgehen, immer mitgehen. Das wäre mein Vorschlag, das Szenario zu handeln, aber natürlich nicht zur Nachahmung empfohlen, denn ein Handel mit CFDs oder Optionsscheinen oder Turbo-Zertifikaten oder Derivaten mit Hebel, mit gehebelten Produkten, birgt ein sehr großes Risiko. Seien Sie sich dieses Risikos immer bewusst und handeln Sie nicht irgendetwas nach, was ich oder jemand anders oder ein Algorithmus Ihnen vorschlägt. Nehmen Sie das als Grundlage für eine eigene Analyse und bleiben Sie vorsichtig. Ganz schnell kann man da sein Geld verlieren und in fast 80% der Leute, vielleicht sogar mehr, man weiß es nicht, verlieren dabei ihr Geld. So, also, ich habe jetzt mich bei dieser Analyse darauf konzentriert, das verbindende Element aus den zwei unterschiedlichen, nicht widersprüchlichen, sondern unterschiedlichen Counts zu nehmen, warte auf Klärung, auf neue Signale durch den Algorithmus und bis dahin sehe ich das als nächstes Ziel. Wir sehen aber auch hier, dass der Kurs durchaus noch ein bisschen Luft nach unten hätte, aber hier unten ist die MOB, wenn die hier durchgeht, dann wird hier nochmal ein wenig umgerechnet werden. Der große Count wird sich dadurch nicht verändern. Wir müssen dann nur eventuell die Make-or-Break-Linie beziehungsweise den Stopp anpassen. Das wäre es also für den Moment aus dem Silber. Ich kann aber hier noch eben noch sagen, hier könnte man auch noch eine MOB hinsetzen, das als Stopp. Und hier würde ich erstmal rausbleiben, Finger weglassen und abwarten, was passiert, wenn er unter diese Linie fällt. Und hier unten haben wir nochmal, wenn er da darunter fällt, dann müssen wir hier mal ganz neu rechnen. Das nenne ich die Unterstützung da unten. Okay, so viel zum Silber. Danke für die Aufmerksamkeit. Gleich geht es weiter mit dem nächsten Markt.